Herzlich Willkommen bei PADAUT! So los ist die letzte Welt! Kirby und der Regenbogen! Ich bin Niko. Wenn wir einen Boss besiegt haben, machen wir mal eine Seite Mission fertig. Wir hatten ja ganz viel Spaß in der letzten Folge. Und setzen da direkt weiter an. Minutenherausforderungen. Das Schlimmste haben wir schon geschafft. Das weißt du noch nicht. Alle abgallern! Panzer, Kirby! Da ist noch ein Feind! Da ist noch ein Feind! Das ist keine Chance! Darf ich jetzt nochmal Panzer, Kirby spielen? Ich weiß nicht. Oh! Bam, bam, bam! Stirb! Ja, mach du mal. Du bist wendiger als ich. Ja, komm Anja! Jetzt! Also wirklich! Man ist ja jetzt hier immer Panzer, Kirby, ja? Scheint so. Wo bin ich? Okay. Und jetzt hier nochmal. Das schaffen wir. Wie einfach die Panzer, Kirby, Dinger sind. Können wir das nicht nur noch machen? An jeder Welt? Glaube nicht. Bam! Das Ding müssen wir uns holen. Das da! Da! Ich komm nicht durch! Da! Los, die Droh! Die Droh! Scheiße, ey! Die Panzer-Dinger sind so leicht! Kann man die nicht immer passen? Ja! Ahnt ja keiner! Oh! Ah! Da ist noch ein Feind! Ein Feind! Ja, man ist ein bisschen nicht so wendig halt, ne? So, das geht jetzt ganz schnell von der Hand! So! Da ist noch ein Zipfel übrig! So! Und dann die Droh! Oh! Oh! Du bist ja auch wieder voll da und vorbei genudelt! Bist du... Behind? Bist du behind! So! Und dann auch noch! Das geht! Nur das jetzt nicht! Boi! Boi! Ah! Ich hab den Schuss schon verballert! Waren Foundel dich?! Na ja, ich... Hab den Schuss schon verballert! Ooooooooh! Hahaha! Ist das dein Ernz? Ja, ich... Maaan! So, ein Klick, ein Kill. Keine Tinte mehr auf dem Füller, wirst du? Stirb! Ey, ey, ich habe einen Schutzwall geflüchtet. Nee. Fum! Pizza Fungi! Oh, oh! Mann! Anja! Oh, deine Scheiße! Oh, deine Scheiße! Oh, deine Scheiße! Oh, du bist da links! Oh, kacke! Du könntest dich doch wenigstens zur Trubel fingen. Wie denn, wenn ich das Fiea nicht mehr treffen kann? Ja, du musst doch eh nur seine Schutzhöhle besiegen. Das heißt, wenn du da links stehen bleibst, dann bringt das überhaupt nichts. Falls du das noch nicht verstanden hast. Oh, ja, ja, ja. So! Diesmal aber. auch wenn es überhaupt nichts bringt. Tada! Ah, stirb! Hallo! Yay! Toll! Nochmal! Hallo! Nimm den Mittelfinger aus meinem Gesicht. Der ist genau da, wo er hingehört. So, also, äh, äh, ne, bei dem Gegner, da müssen wir die Schutzhöhle kaputt bekommen. Guck mal, weil jetzt ist ja vorne keine Schutzhöhle mehr. Und du bleibst da stehen! Ja, ich denke, ich sollte hier links stehen bleiben. Ne, entweder bleibst du bei der Truhe stehen, oder du tötest ihn von hinten. Töte dich gleich von hinten! So! Geht doch! Boin! Und wenn ich jetzt keinen Mist baue, dann können wir das noch hin. So, die ganzen Kisten, alle kaputt machen! Ja! Ja, was denn? Gegen was kämpfst du eigentlich? Ich mach die, die Dinger da kaputt. Ja, voll die wichtigen! Ja! Ich hätte schon sowieso nichts zu tun gehabt, Tobi! Ja! Besser, besser! Du hättest... Na egal! Ja! Haben wir immer noch nicht genug Kisten? Ne, da brauchen wir noch ne Schatzfrau. Eine! Komm, ist das euer Ernst? Ja, das sind wahrscheinlich die in den normalen Aufgaben. Aber dann sind wir erstmal durch! Dann können wir jetzt Story spielen! Ne, man möchte hier Story sehen! Ja! Nur noch Herausforderung! Indigo Meer! Auf die See hinausgespült! Und jetzt kommt wieder dieser Wechsel von... Von... Von alle scheiße Herausforderungen auf! Niedlich! Guck mal, Kirby! Auf die See hinausgespült! Oh! Oh mein Gott, wir werden schwimmen! Was, was, was? Guck mal! Oh nein, ich... Oh, wie doof das aussieht! Ha! Stimmt! Oh, das kann man... Ne! Die Fische hab ich schon getötet! Ach so! Dann will ich da rein! Ich will hier rein! Warte, ich komm auch gleich! Oder auch nicht! Ich muss ja immer auf dich warten! Oh! Warte, warte, warte! Jetzt! Siehste? Ich warte hier nur auf dich! Nein! Ich hab auf dich gewartet! Ich bin ja schon wieder zurückgeploppt wegen dir! Das Publikum wird mir Recht geben! Stopp! So! Da geht's lang! Oder auch nicht! Mein Gott, Kirby! Mach jetzt keinen Scheiß! Ach so, man muss andersrum! Ja! Ich hab's verstanden! Nein! Ich hab's doch schon! Ich mach's doch schon! Ja, ich mach nochmal ne Ehrenrunde! Haben wir's denn jetzt? Und der Wasser ist echt strange! Blup! Äh... Oh! Okay! Warte, warte, warte! Da ist doch bestimmt was! Natürlich nicht! Oh! Das ist... Ich kann gar nicht mehr mit der Gravitation rechnen! Das... Das macht mich jetzt total fertig, Anja! Ja! Und dann hat's der Level! Und dann hat's der Level! Baby! Oh! Guck mal! Die Fischer, die haben dann auch so ein Dings... Äh... Das ist totales Umdenken jetzt! Die Störung ist ja sowieso schon Umdenken, aber das jetzt ist Umdenken Overload! Äh... Alles meins! Alles meins! Alles meins! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Was tue ich denn? Äh... Ja! Das hast du schon sehr gut geregelt! Genau! Äh... Aha! Das erste Trüchen! Tadam! Jetzt haben wir so 30... Oh Gott! Oh Gott! Oh... Oh... Für die nächste Herausforderung meinst du? Ja! Ach! Halt stopp! Halt stopp! Halt stopp! Nein! Oh! Hinko! Kannst du wieder in die andere Richtung? Wieso? Was ist das? In der Wund Fische... Oh Gott! Ah! Ich hänge! Oh, das macht nicht fertig! Hier gehts nochmal runter anscheinend! Komm runter! Oh! Und hoch! Hier lang! Hier ist nochmal ein Terrorfisch! Hier hoch ist nichts Geheimes, ne? Ne! Anscheinend nicht! Er hat ja sein können! Ist ja manchmal so! Oh! Kirby! Machen wir nicht fertig, ne? Ah! 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 Oh! Oh mein Gott! Wir sammeln denn da hoch? Äh... Am besten gehe ich auch wieder in den Modus! Achso! Oh! 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 Schnell! Wir haben nicht mehr viel Zeit! Ah! Ein Ob! Ein Ob! So! So! Ja! Das ist echt! Äh! Äh! Sonst war es halt immer so, man konnte ja damit rechnen, dass Kirby wieder runterfällt und dann seine Linie so legen und jetzt ist es so ein bisschen mit Nachdenken! Oh Gott! Kannst du unter Wasser kämpfen? Geht das? Ja! Kannst du? Okay! Dann gib ihm! Du machst das schon! Nimm doch mal deine doofen Dinger da weg! Ich mach das, damit du nicht wegfallen kannst! Guck! Ich kann das sowieso nicht! Ist doch egal! Da! Da! Wir müssen da rein! Wir müssen da rein! Wir müssen da rein! Wir müssen da rein! Oh! Wir müssen da rein! Oh! Gib Gummy! Gummy! Scheiße! Boah! Oh! Jetzt gibt es sogar Unterwasser Herausforderungen! Das gefällt mir gar nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So! Ich möchte nochmal runter! Ich möchte gucken, ob da was war! Ach! Wege! Die habe ich jetzt Schaden bekommen! Super! Ja! Aber guck! Es hat sich doch gelohnt! Ja! Ne! Eben nicht! Hier sind Sternis! Ja! Wäre hier eine Megamomate gewesen, dann hätte ich das verstanden! Du bist eine Megamomate! Oh! Erwisch ich da alles? Oh! Geht so! Oh! Oh nein! Ich bin gar nicht auf der Linie drauf! Das hatte ich jetzt anders gedacht! Na komm Kirby! Enttäusch mich jetzt nicht! Dann hier! Dann gehen wir mal hier chillig lang! Nochmal hier! Na hier! Vielleicht nochmal! Und das One-Up hole ich mir auch nochmal! Oh nein! Kirby! Dann wird es zusammen verkackt! 1, 2, 2, 2! Oh! Erster! Geht das mit der Steuerung unter Wasser so einigermaßen? Mit deinem Charakter oder? Ja! Wenn du nicht gerade alles volldingst mit deinem... Oh mein Gott! 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 Das ist... Das ist jetzt Terror! Boah! Scheiße! Wir haben das zum Heilen verpasst! Ah! Wo bin ich denn? Achso! Ich habe mich gerade mit dir verwechselt! Tschuldigung! Ah! Das ist mir viel zu schnell! Oh Gott! Oh Gott! Wir haben schon wieder die Tinte verpasst! Ah! Das ist auch einfach mal... Ah! Oh mein Gott! Ah! Ah! Den kriegst du jetzt auf jeden Fall! Ah! 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 Sehr geil! Noch ein Up! Und dadurch! Ins Freie! Haben wir eigentlich alle Trunk? Ich glaube eine fehlt noch, ne? Ich trage die jetzt gerade! Ah! Ach! Du trägst mich? Du kannst mich unter Wasser auch? Ja! Aha! Aha! Oh mein Gott! Wuiiii! So, was ist hier links? Halt, stopp! Warte, warte, warte! Ich muss den... Oh! Oh! Oh, Niko! Jetzt aber! Wumm! Und da links ist was, sagst du? Nein, ich würde gucken, ob da noch was ist. Achso, ne, sieht nicht so aus. Oh, schade. So, und dann das Tagebuch-Ding natürlich, ne? Vorsicht! Oh, Niko! Oh! 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 Ganz vorsichtig! Psst! Konzentration? Konzertation! Ja! So voll Spannung und dann... Ah! Klatsch! Oh Gott! Oh Gott! 959! Es hat gereicht für den Goldrang! Hey! Yeah! Dann haben wir eigentlich alle Truhen! Wir haben alle Truhen! Okay! So, du hast 398, das klingt auch sehr viel! Und was ist in diesem Truhen? Zwei Musikstücke und drei Figuren, sag ich! Fisch! Ja! Tada! Aha! Auf! Ein grüner Waddle Dee! So, ich klicke jetzt auf Figuren-Sammlung. Äh... Da! Der grüne Waddle Dee! Sollte einer mal nicht reichen, haben wir hier gleich noch einen Waddle Dee! Dieser Vertreter und seine Kumpel werfen Kirby gerne umher. Seine Höhenangst führt dazu, dass er in luftigen Höhen nicht nach unten schaut. Ja, das ist quasi, wenn ein dritter Mitspieler mitmacht, dann ist der der grüne. Dann muss es quasi einen noch geben. Das hatten wir ja ganz am Anfang, da haben wir ja auch so gesehen zwei Pizze gegeben. Ja, genau! Unterwasser Kirby! Sobald Kirby seine Flotte... Achso! Ich dachte, seine Flotte von seiner Flotte. Sobald Kirby seine Flotte Taucherbrille aufzieht, wissen wir, dass er bereit für ein Unterwasser-Abenteuer ist. Das Schwimmen liegt unserem rosa Freund nicht so, aber dafür lässt er sich gerne auf dem Wasser treiben. Hat man gesehen. Ja, das war... Dass das nicht so seins ist. Aber wir haben schon gut ein paar Gegner klar gemacht. Ja, die Fischchen hatten wir noch. Fugini! Fragst du dich manchmal, warum Unterwasser-Kreaturen wie zum Beispiel die Fuginis Brillen aufhaben? Die Antwort ist, dass sie Angst haben, sie abzusetzen, da sie sie schon so lange aufhaben. Mit manchen Gewohnheiten bricht man eben schwer. Dreh mal. Dreh mal? Uuuu! Wie verkehrt rum der eine ist, oder? Ja. So auf dem Kopf. Uuuu! Richtig doof. So, da hatten wir noch einen Tagebuch-Eintrag. Mhm. Tagebuch. Tagebuch. Und zwar... Böde. Tollbuch. Strand-Schnappschüsse haben wir. Uuuu! Oh! Der rechts ist auch sehr gut. Dicke Mähefrau. Und Kirby ist links vor dem Muskeln. Was ist der für Böde? Ja, das sieht richtig gut aus. Das hätte es gern als Amiibo so geben können. Ja. Und zurück. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir noch die Herausforderung, die wir freigestellt haben. Uuuu! Jaaa! Wir freien das Schlatter drauf. Nicht. Auf die See hinausgespült haben wir erledigt. Eine neue Herausforderung. Yay! Oh Gott. Oh mein Gott. Das Spuk-Schiff. Leute, in der nächsten Folge sehen wir das Spuk-Schiff. Genau. So, dann gehen wir mal auf. Aber jetzt kommt... Ein Tor! Herausforderung. Weil dann haben wir wenigstens die Seite. Abgeschlossen. Ja, wusste ich. Ich wollte auch auf 15 gehen. Genau. Du musst in allen vier Räumen alles bla machen. Bla 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 bla. Bla bla bla, Mr. Freeman. Geht das? Das geht. Ist ja nur unter Wasser. Wie du da lang... Eh, eh. Paddel, paddel. Du bist Paddeldi. Da. Ja. Ja, so geht's auch. Ich war zu langsam. Du warst zu schnell. Äh. Okay. Und dann. So. Wow. Der Wasserfall ist dann eigentlich auch unnötig. Der ist... Nee, der hat einen hochkatapuliert. Oh mein Gott. So. Ich hole die anderen beiden hier. Ah. Ah. Oh. Kriegst du sie? Nein. Oh mein Gott. Das war aber echt durch. War das schon? Nee. Doch. Doch. Wir haben es geschafft. Hey. Die waren echt angenehm. Ja. Also die haben mich nicht so gestresst wie die anderen, die wir bisher kannten. Ja Leute, dann sind wir up to date mit den Herausforderungen. Und in der nächsten Folge gibt es dann das Spuk Schloss. Das wird bestimmt ganz schön gruselig. Ja. Also schaltet ganz spät ein bei der Folge. Releasen die bestimmt auch um Mitternacht oder so. Genau. Gleich. Gleich nach American Horror Story oder so. Und liked, teilt, abonniert. Abonniert. Kommentiert. Ähm. Was kann man noch so machen? Leute, gebt... Teilen. Ja. Ja, tschüss. Lieber. Ja auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.